Das war gerade noch so, die Endphase des ersten Sachses, Regionalliga als Süd, Saisonstart 2020-21 in Efeldrich, Efeldrich gegen TV-Hilbwollstein 2 zu sehen, der Zweier von den Hilbwollsteinen, Hannes Hörmann, das große Talent, Top 3, wenn nicht sogar Top 2 oder Top 1 in Deutschland, und 2018 spielt hier gegen den Einser von Efeldrich und hat den ersten Satz gewinnen können. Alle weiteren Spiele auf YouTube, Kanal Reinhard Steinbrecher, Suchwort 2020-19. Im Hintergrund zu sehen, der Einzel der Efeldricher. Viel Spaß dabei und vielleicht freut ihr euch ja auch mal die anderen Videos an, die es auf diesem Kanal noch zu sehen gibt. 44.000 aus allen Liegen, was dabei. Sollen Sie die Hand fauschen? Ja, wir haben ja recht, genau. Zum nächsten Spiel beide ausgelassen. Oder desinfizieren. Der zweite Satz. Der zweite Satz kommt jetzt. Erstaatnis. Ja, wir müssen schon mal die Hälfte derivedикDA. Das war einmal die Haare gestiegen. Das war einmal die clues und siegen. Da geht es doch genau aus. Da geht es doch los. Aufmerksam ist es so. Bravo. 격är. par Gefängnis. Erstaatnis. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Come on. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. 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 Thank you.